Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Felix Hoffmann von Hoch3-Mobilien aus Ingelheim und wir stehen hier vor unserem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 22 in Ingelheim und wie wir Ihnen trotz der aktuellen Situation die Möglichkeit bieten, unsere Objekte zu besichtigen, das möchten wir Ihnen heute einmal erklären. Zum einen finden Sie alle aktuellen Angebote in unserem Schaufenster hier in der Bahnhofstraße 22 und natürlich auch auf unserer Homepage unter www.hoch3-immobilien.de. Schicken Sie uns darüber gerne eine Anfrage, wenn Sie nähere Informationen zu einer Immobilie haben möchten oder rufen Sie uns an unter 061327149383, dann lassen wir Ihnen sehr gerne das ausführliche Exposé zur Immobilie zukommen und natürlich auch unseren hochauflösenden 3D-Rundgang. Mit diesem Rundgang können Sie alle unsere Immobilien einmal ganz bequem von zu Hause aus besichtigen und mit welcher Technik wir diesen Rundgang aufnehmen, das zeigen wir Ihnen jetzt einmal in unserem Büro. So, also wir stehen jetzt hier in unserem Büro und neben mir sehen Sie unsere Matterpod 3D-Kamera. Die Kamera verfügt über insgesamt sechs Kameralinsen und drei Infrarotsensoren und mit dieser Technik haben wir die Möglichkeit, egal ob Haus oder Wohnung, einmal von oben bis unten durchzuscannen. Und danach wird dieser hochauflösende 3D-Rundgang erstellt, den wir Ihnen dann ganz einfach via Link zukommen lassen können und somit haben Sie die Möglichkeit, alle unsere aktuellen Angebote einmal komplett in aller Ruhe und in sehr, sehr guter Qualität von zu Hause aus zu besichtigen. Und wenn Sie dann sagen, ja, das Haus oder die Wohnung gefällt uns, wir würden gerne einen persönlichen Besichtigungstermin vereinbaren, dann machen wir das natürlich auch sehr gerne unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften. Und jetzt geben wir Ihnen mal einen kleinen Eindruck, wie dieser Rundgang dann bei Ihnen zu Hause auf dem Computer oder Tablet aussehen kann. ...fertige Ergebnis, das wir mit unserer Matterpod-Kamera aufnehmen. Wir befinden uns hier bei einem unserer Häuser, die wir aktuell als Immobilienmakler im Verkauf betreuen. Und zwar handelt es sich um das freistehende Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung zum Kauf in Gau-Algesheim. Wir gehen jetzt einfach mal hier in Richtung Eingangsbereich und da möchte ich Ihnen als erstes mal zeigen, wie das Ganze so von außen aussieht. Sie haben die Möglichkeit, quasi sich beliebig irgendwo in dieser Immobilie quasi einzuklicken, sich hinzubeamen und wirklich das komplette Haus einmal von unten bis oben oder von oben bis unten zu besichtigen. Und das in einer absolut hochauflösenden Qualität. Wir machen es jetzt mal ganz natürlich und starten hier im Erdgeschoss. Und ja, da können Sie sich dann durch die Räume bewegen, wie zum Beispiel mal einen Blick in das Schlafzimmer werfen. Ja, da können Sie schon feststellen, da passt ein großer Schrank rein, ein Doppelbett. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Und natürlich auch das Badezimmer. Wir haben ein Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche. Die Fliesen sehen soweit auch gut aus, sind nicht großartig verbohrt. Die hochauflösende Qualität lässt es natürlich zu, hier auch kleine Makel direkt zu erkennen. Und dann gibt es hier noch ein Gäste-WC und ein Büro, das sich natürlich auch als Kinderzimmer eignet. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück, wollen mal schauen, wie denn so die Küche und der Wohn- und Essbereich aussehen. Denn das ist natürlich bei dieser Immobilie das absolute Highlight. Also Sie können die Aussicht schon durch die Fenster sehen. Viel Platz für Couch-Landschaft. Und natürlich auch einen Kaminofen haben wir in diesem Haus. Ja, und jetzt könnten Sie entweder die Treppe gehen oder Sie sagen, nein, Treppe ist jetzt nicht so interessant. Ich möchte mal den Grundriss von der Ebene 3 sehen. Und da mal schauen, wie das Ganze hier oben so aussieht. Und dann sind Sie hier direkt im Flurbereich. Sie haben hier hinten zwei Zimmer, eines rechts, eines links. Und dann können Sie natürlich auch die Ausblick vom Balkon genießen, die jetzt in dem Fall auch nicht so schlecht ist. Aber es gibt ja noch ein Highlight. Und zwar, ja, erstmal gibt es hier noch ein weiteres Tageslicht-Badezimmer. Das ebenfalls mit Badewanne und Dusche. Die sich jetzt hier hinter der Tür versteckt. Wir versuchen natürlich immer so viele Punkte wie möglich aufzunehmen, dass Sie jedes Detail sehen können. Jetzt hier in der Dachschräge eben war es doch ein bisschen schwieriger, noch einen zweiten Punkt zu setzen. Aber hinter der Tür ist auf jeden Fall noch eine Dusche. Und jetzt sind wir im großzügigen Dachstudio. Ein wirklich sehr, sehr schöner Raum. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, die Aussicht von hier noch einmal zu begutachten und stellen fest, es gibt mit Sicherheit Schlimmeres. Ein weiteres Highlight, was diese Technik bietet, ist, dass Sie direkt im Rundgang messen können. Dafür bewegen Sie den Mauszeiger einmal hier unten links auf das Lineal. Dann öffnet sich der sogenannte Messmodus. Dann möchten Sie einen neuen Punkt hinzufügen. Und oftmals kommt ja die Frage bei Besichtigungsterminen, wie hoch ist denn eigentlich die Deckenhöhe hier im Dachgeschoss. Und dann können Sie das einfach mal ausmessen und stellen fest, wir haben 3,45 Meter Deckenhöhe. Das ist ganz ordentlich und sorgt für ein großzügiges Raumgefühl. Und ja, so sieht es im Prinzip aus, wenn wir Immobilien mit unserer 3D-Kamera aufnehmen. Beziehungsweise so sieht das fertige Ergebnis aus. Wenn Sie jetzt Interesse an einer der Immobilien haben, die wir aktuell als Immobilienmakler anbieten, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und sagen Sie uns, um welches Objekt es geht. Sie finden alle Objekte entweder bei uns im Schaufenster oder auf unserer Homepage unter www.hoch3-immobilien.de und dann erhalten Sie sehr gerne neben einem ausführlichen Exposé auch noch den Zugang zu unserem hochauflösenden 3D-Rundgang. So, das war es mit unserem heutigen Video. Wir sind auch weiterhin für Sie da. Und wenn Sie einfach mal wissen möchten, was Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Ingelheim, Mainz, Bingen, Wiesbaden und Umgebung wert ist, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 061327149383. stehen wir Ihnen sehr, sehr gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Ansehen dieses Videos. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Felix Hoffmann.